So, nächstes Spiel gegen Fürth. Schauen wir uns mal das Kommentar an. Ich erwarte, dass sie taktisch sehr ausgewogen und wandelungsfähig spielen, sagt Adi. Also, nächstes Bayern-Derby. Und ich muss mal nochmal kurz die anderen Dateien von den anderen Videos löschen. Gelöscht und keiner hat es gemerkt. Ich habe jetzt das, wie ich schon gesagt, glaube ich, das jetzt festgemacht, dass es so ist, wie gezeigt. Oh, Formen, die glänzen. Owen nach oben, Bayern nach oben und De Jong nach oben. Traurig, der Einzige, der ein bisschen nach unten zeigt. Aber den kann man ja dann noch immer im Spiel einwechseln. Impuls Arena Augsburg. Augsburg gegen Fürth. Ja, und los geht's. Auch dem Impuls Arena ein nicht bearbeitetes Stadion, was ich aber als nächstes, glaube ich, machen werde, da es das Heimstadion ist, wo es die Mannschaft am öftesten zu sehen gibt. Owen. De Jong verspringt an der Ball, Bayern. Allessik, Traurig. Sanko läuft da an der Auslinie. Flankt rein, Volkenberg lässt durch. Und ein Wurf. Kräuter führt. Bayern. Sein. Sein. Rein. Slippy Car. Oh, was macht denn der? Also das müsste eigentlich ein sicheres Tor sein, wenn man Augsburger ist. Bayern. Zurk. Gibt schon komische, komische Töne von mir. Schau hin, da war jetzt der Sahin. Sanko. Turk. Und Bayern. Gut, Owen. Und zu dem reicht's nicht mehr. Was war das denn? Hier mal eine Slapstick. Turk. Turk. Oh, riesen Tor. Hö, lö, 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 lö. Hey, hey, hey. Kommt grad. Schon das zweite Abrollertor, Fassenabrollertor. Hier der Ball, der da zurückgeht. So, das war aber eigentlich die Einleitung. Wer weiß, ob das dann passiert wird. Also da macht es einen Fehler wieder gut, dass er da den Ball zurückhaut. aber da hat er den ball zurück gehauen zu seinem gunsten dass er doch ein tor schießt der türk nein nein das gibt ne gelbe füro so geil da kommt nicht durch und das faul von schai palmieri zieht ab ball geht weit nach vorne das wollte doch richtig eingreifen muss nur noch spielzeit aufgelaufen und jetzt ist halbzeit sehr gut und weiter geht's kein fall da ist er ausgerutscht auch kein fall von palmieri glücklich war dass er zu spät gepasst schein dies und ja das muss das tor sein zum 1 1 von muss sein aber das kann man jederzeit wieder gut machen vor allem wenn man ausprobiert das war ein viel passen und 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 ohne gar nicht mehr einwurf sehr neu zu traurig von dort kann es direkt versuchen genauso schaust du aus leitner hat der kommentator übrigens gerade gesagt auf die ecke geben richtig richtig die jungen bringt ein post raus die machen schaar hin und palmieri Kaplan Spiel gedreht 2-1 Hit the Rowjack 2-1 Kommt grad 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-1 3-1 3-1 Die Träume läuft immer noch Leitner Ausgleich 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 Kaudi macht den Einwurf lang Wolke macht schnell Nicht Zeitspiel Ne, nicht Zeitspiel Wolke 2 Minuten noch Spielzeit gibt's mehr Für 2 Tore Für 3 Tore Und Komm schon Da fährt man schon mal Und dann So 1-2 Und wieder auf Platz 12 aufgerutscht Und dann im Derby gegen Aue im DFB Pokal im nächsten Port Das sehen wir später Du 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 Du